Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Mandy an. Diese hat über Easy Body System geschrieben, welches sie mit 4,4 Sterne bewertet hat. Und wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Erfahrungsbericht Easy Body System. Das Easy Body System ist eine Stoffwechseldiät von Chris Delius und Marcel Knopf. Heute beschäftigen wir uns also vor allem mit der Frage, was eine Stoffwechseldiät ist, wie sie wirkt und woraus das Easy Body System besteht. Was ist eine Stoffwechseldiät? Bei einer Stoffwechseldiät wie dem Easy Body System werden in den Nahrungsplan und Nahrungsmittel aufgenommen, die den Stoffwechsel anregen und fördern. Die Mahlzeiten werden dadurch besonders eiweißhaltig, da man so den Energieumsatz ankurbeln kann, um anschließend auch Fett zu verbrennen. Bei einer Stoffwechseldiät zwingt man den Körper dazu, sich anzupassen und umzustellen. Warum wird Fett verbrannt? Die Theorie besagt, dass mit einer besonders eiweißhaltigen Ernährung, die gleichzeitig kalorienarm ist, der Körper auf Kohlenhydrate zurückgreifen muss, die in den Fettreserven gelagert werden. Eine langfristige Ernährungsumstellung im Sinne der Stoffwechseldiät soll außerdem dazu führen, dass der Blutzuckerspiegel konstant auf einem Level gehalten wird. Das hat zur Folge, dass typische Heißhungerattacken, die in anderen Diätformen entstehen können, ausbleiben. Da Lebensmittel mit vielen Kohlenhydraten wie zum Beispiel Zucker, Alkohol, Softdrinks tabu sind, steigt und fällt der Blutzuckerspiegel nicht mehr so häufig, was sonst Heißhunger hervorrufen würde. Eine klassisches Stoffwechseldiät zieht man ca. zwei Wochen lang durch, da diese Zeit ausreicht, damit sich der Körper umgewöhnelt kann. Der Stoffwechsel soll mindestens ein Jahr lang so weiter arbeiten, wie er es während der Diät getan hat, sodass man in diesem Zeitraum keine plötzliche Gewichtszunahme befürchten muss. Es soll gesagt sein, dass man eine Seuche, die nicht über einen längeren Zeitraum verfolgen sollte, da eine einseitige Ernährung zu Mengen führen kann. Gerade bei einer eibasslastigen Ernährung können in Extremfall Nierenschäden Mangelerscheinungen oder Stoffwechselstörungen auftreten. Was ist das Easy Body System? Wenn man sich das Easy Body System kauft, bekommt man einen Zugang zu einem gesicherten Portal. Dort findet man vorab natürlich alle Informationen zum Thema Stoffwechseldiät. Dies geschieht in Textform sowie in Videoform. Es geht dort um die verschiedenen Lebensmittel, welche positiven und negativen Eigenschaften diese haben, wie der Stoffwechsel funktioniert und alles, was eben zur Diät wissen muss. Man bekommt weiter Zugriff auf eine große Bank an Rezepten der Rezeptesammlung. Die Sammlung ist aufgeteilt in Frühstück, Hauptgerichte, Naschen, Eiweißpulver, vegan, vegetarisch und gesunde Kohlenhydrate. Dort findet man Schritt für Schritt Anleitungen, wie man es auch aus jedem anderen Kochbuch kennt und eine dazugehörige Einkaufsliste. Eine Besonderheit hier ist die Live-Bücher, wo Uwe Kaiser Gerichte kocht mit begleitender Kamera. Da kann man einem Koch und Bunny Bilder über die Schulter schauen, während er die unterschiedlichsten Gerichte und Mahlzeiten zubereitet. Weiter gibt es noch eine Fitness-Workout von ca. 30 Minuten, wo man zusammen mit Kati trainieren kann. Sie zeigt in ihrem Video die Übungen, die man ganz einfach im eigenen Wohnzimmer nachüffen kann. Wenn man das Easy-Buddy-System nutzt, kann man auch jederzeit Fragen an die Expertin stellen über den Reiter Expertenkontakt oder den Support. Dort sieht man auch Fragen, die bereits von anderen Nutzern gestellt wurden und die beantwortet sind. In den Bonus-Lektionen kann man sich noch weiteres Wissen rund um das Thema Stoffwechsel-Diät aneignen. Bei dem Easy-Buddy-System wird immer wieder die Community hervorgehoben. Es gibt bereits mehrere tausend Nutzer, die in einem bestimmten Bereich sich miteinander austauschen können. Dort kann man seine eigenen Erfolge teilen und die der anderen sehen. Dies kann man als Quelle der Inspiration und Motivation nutzen, damit man während der Diät am Ball bleibt. Wie teuer ist das Easy-Buddy-System? Man bekommt den Zugang für 69 Euro und wird weitergeleitet zur Affiliate Bank. Dort kann man die Zahlung mit der Kreditkarte, Paypal oder per Sofortüberweisung vornehmen. Nach Zahlungseingang erhält man den Zugriff auf das Portal innerhalb weniger Minuten per E-Mail zugeschickt, was ich vom Easy-Buddy-System halte. Mein größter Gegner ist der Jojo-Effekt. Ich habe schon zig Diäten ausprobiert und habe immer wieder den Jojo-Effekt beobachten müssen. Als ich mich dann etwas umgesehen habe, bin ich schließlich auf das Konzept der Stoffwechseldiäten gekommen. Nachdem ich mir dort einige Informationen zusammengesucht habe, habe ich nach einem geeigneten Plan geschaut. Wenn man Stoffwechseldiät eingibt, kommt das Easy-Buddy-System ziemlich weit oben, sodass es mir einfach ins Auge gestochen ist. Mit 69 Euro fand ich den Preis angemessen und habe einfach mal bestellt. Der Zugang kam auch wie versprochen schnell und ich konnte mich einloggen. Begonnen habe ich damit die Lektionen zur Stoffwechseldiät. Den Teil mit der Motivation habe ich erst einmal übersprungen, da der für mich persönlich nicht so wichtig war und ist. Das Wissen wird abwechselnd in Videos oder in Textform vermittelt. Die Videos haben alle eine hohe Qualität. Das Bild ist scharf, der Ton ist perfekt und die Erklärungen sind verständlich und vor allem anschaulich. Man erfährt auf jeden Fall einiges über seinen Körper, wie bestimmte Prozesse ablaufen. Das Wissen kann man vor allem auch für die Zeit nach der Diät sinnvoll einsetzen, da man sich nicht für immer an diesen Ernährungsplan halten kann. Die Videos und die Artikel haben mich also schon einmal überzeugt. Eine Diät steht und fällt allerdings mit dem Essen. Die Rezepte-Sammlung ist wirklich sehr groß und es sind mehr als genug. Vorher hatte ich immer das Problem, mich zu wissen, was ich kochen soll. Das habe ich definitiv in der ganzen Zeit nicht gehabt. Ich wollte so viel ausprobieren, dass ich schon einen Monat im Voraus hätte planen können. Die Rezepte sind so geschrieben, dass man sie auch als Kochanfänger umsetzen kann. Es sind auch zu meinem Glück viele dabei, die keinen hohen Zeitaufwand haben. Natürlich gibt es aber auch solche, die mehr Zeit brauchen, weil viel vorbereitet werden muss. Ich halte das aber lieber simpel und hänge mich an die schnellen und einfachen Dinge. Die angebotenen Rezepte sind sehr vielseitig, sodass jeder Geschmack dort unterkommen sollte. Die Kategorien, die ich eben genannt habe, machen das Ganze sehr überschaubar. Schade finde ich, dass es keine Suchfunktion gibt. Die Live-Küche ist wohl ein nettes Future und ich kann mir vorstellen, dass das dem einen oder anderen besonders gut gefällt, aber damit kann ich nicht zu viel anfangen. Ich habe noch nie gerne Kochschuhs geguckt, da ich dann immer Hunger kriege und ich meistens eh nicht nachkoche, was vorgekocht wird. Ergebnisse sieht man tatsächlich sehr schnell im Gewicht. In den ersten Tagen liegt das aber daran, dass der Körper entwässert wird. Nach ca. 2 Wochen bringe ich aber immerhin ca. 9 Kilo weniger auf die Waage. Ich habe mir aber vorgenommen, nur insgesamt 3 Wochen mich an dem Plan zu halten, bei dem Körper dann eine Pause zu geben und eventuell zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anzufangen. Fazit. Das Easy Body System ist eine solide Diät, die man ohne Heißhunger durchziehen kann. Der Preis ist angemessen und man erhält viele Rezepte, die man sicherlich auch außerhalb der Diät bekommt. Wie immer gilt. Solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewertet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Floh von produkt-kenner.de